ich habe etwas getrunken und dann hat es gestunken und damit willkommen zu einer weiteren folge von country 3 mit dem temp ich bin tem du ist es nicht poisonous pipeline ist halt nicht pili pili pipeline also im deutschen ich muss schon sagen wir müssen hier noch mal rein ich gar nicht ich weiß gar nicht punkt damit wir ganz schlimm ihr wisst ja ich habe mir oben unten links rechts und zeitschwäche außerdem kann ich blau nicht von anderen blaus unterscheiden weil blau ist einfach nur toll ich weiß nicht wo ich ein und oder zwei dinge übersehen ich hätte die folge gucken sollen was ich gefunden habe und was nicht da wäre smart gewesen aber bin ich smart weiß ich nicht ich hasse ich bin nicht mal gestorben opfer das problem ist das wird aber noch kommen ich will nicht mit b schwimmen ich tue mir gleich weh warte mal hier gab es umgarten das haben wir geschafft auf jeden fall 100 pro aber ich überlege mir gerade umgarten ist halt umgarten ist wahrscheinlich trotzdem schlaue idee weil dann würde mir nicht so was passieren wie mir gerade passiert ist weil ich umgarten wollte oin go oin go stinky floin go doin go äh stinki stunki wunki tunki wunki dann können wir uns auch sicher sein die haben hier guck mal wow die letzte aufnahme schon wieder ein bisschen her aber nicht so lange her wie ich wie es sein könnte ich habe noch was in der hinterhand aber ich hatte gerade lust zu zocken weil mir ist langweilig dann kann ich auch zucken ich könnte b drücken natürlich schneller aber habe ich mega angst vor das ist halt das habe ich noch nicht verstanden da habe ich mich ja schon beim letzten mal darüber beschwert was die kacke soll ich trinke was man sollte nicht glauben wie schwer es mir fällt oben und unten mich daran zu gewöhnen wo oben ist und wo unten während sich das in dem level nicht ändert oben ist immer nach oben unten ist immer noch unten und dem ist dämlich ich glaube darauf können wir uns alle einigen da war jetzt vielleicht dumm das ist nicht einfach okay wenn du dumm bist so wie ich wir werden game over gehen bevor wir das speicher dings erreichen das speicher fesse können das wird toll wobei ich ein bisschen leben kriege ich ja wieder alle zwei drei leben sollte ich vielleicht eins wiederbekommen ist aber nicht total dumm sein oh guck mal kitty voll geil nein 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 diesmal nicht ihr könnt mir gar nichts es ist halt so schwer mein hirn kommt nicht drauf klar was muss ich jetzt machen in der konfrontationssituation da denke ich mir ja ich würde gerne ausweichen und finger ist sagen so ja dann sag mal wie du dir das vorstellst und das weiß ich nicht um ehrlich zu sein ich weiß es nicht nein so schwer ist das nicht jetzt zack zack schwimmen da war ein fisch pass auf das kann ich mit verbundenen augen ich werde es nicht beweisen aber ich habe jetzt bestimmt die augen zu 1 und 2 und 3 ich habe ja sound cues da weiß ich ungefähr was ich tue vielleicht habe ich auch meine augen offen ihr werdet es aber nie wissen wunderbar jetzt kann ich mich auch einmal einmal kann ich mich dumm anstellen aber ich würde auch gerne nicht so ist es nicht egal höchstwahrscheinlich ist das nächste fesse kinn hinter dem speicher fass weil das zeigt immer so ungefähr die mitte des levels an ich wüsste nicht wie hier ohne umgard vernünftig durchkommen soll und jetzt müssen wir cookie cookie machen jetzt brauchen wir ganz dringend die cookie cookies ich gehe davon aus dass das bonus fass kommt nachdem junge und guard weg ist woher ich das weiß ich weiß nicht ich trinke jetzt wenn die wieder hochkommen ein traubensaftgetränk ich habe aber ehrlich gesagt keine ahnung das ist ein n denn n heißt es ist irgendwo in der wieso habe ich kein k was ist jetzt los bin ich blöd ich bin mir ziemlich sicher ich habe das immer geholt egal egal nein egal wir haben das speicher fast naja weiter geht's ähm ach ja mein stadia ist on guard das hat mich aber das letzte mal schon verwirrt wieso habe ich das gar nicht mann doch mach ich schon wieder nein 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 tschau 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 tsch hier habe ich das jetzt mal aus dem maul bekommen das weiß ich noch gedrückt halten und hinfort nein 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 ich habe noch nicht die abzeigung gefunden die ich vielleicht finden sollte ehrlich gesagt wenn ich auch blöd bisher hier ging es weiter ich bin hier nicht nach links und mit links meine ich drücke rechts weil nicht so frech ich glaube ich hab's gefunden aber ich bin nicht so gut in diesem spiel kann ich auch gerade wieder haben ich habe sogar nach unten gedrückt diesmal ich bin sehr stolz und da drücke ich wieder nach oben wenn ich nach unten will ich kann doch sagen wie toll ich mich finde dass ich langsam adaptiere immer noch dumm keine sorge ich bin immer noch der echte terminas tut tut hier kommt der schwertfisch express mir ist nicht langweilig ich bin gestresst weil ich dumm bin okay jetzt mit dixi wieder hier treffen lassen das gar kein problem guck mal das kiddie ist ja mega das war schlecht so easy peasy stinky squeezy das will ich gern von unten machen wie ich es immer mache okay das ist jetzt gelöst weil ich glaube ich brauche kiddie weil ich echt schlecht bin ich habe halt jetzt zehn minuten lang original nichts weiteres geschafft ich werde das niemals können wir warten warten rechts ist links und unten ist unten man sollte meinen das ist nicht so schwer aber vor allem wenn du die ganze zeit 1 drückt du gehst ja die richtung denn dein hirn weiß doch was du gerade tust nope sorry dass ich dich enttäuschen muss so funktioniert das hier nicht in mongopieterhausen nein 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 ja jetzt einfach schön langsam hier vielleicht nicht langsam hier vielleicht schnell aber jetzt einfach schön langsam haben ich hasse mich ich habe nach unten gedrückt weil ich schön flach schwimmen wollte ja okay dann eben jetzt keine fehler mehr machen ist doch easy nicht nach unten drücken einmal schwimmen zweimal schwimmen so einfach ist das weißt du aber nein dummes problem okay du hast irgendwie geschafft schwimmen 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 da ja komm bitte okay wir müssen das auf anhieb schaffen weil wenn nicht heißt das ich muss nochmal zu diesem fass führen ist das schwierig langsam langsam easy game okay leck mich am arsch das war jetzt die ganze folge wollte ich nur diese dumme münze g g so wie war das einmal nur weil ich es kann fuck you und jetzt nicht sterben wup 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 jay mein gott falls euch diese folge gefallen hat dann haben wir sie positiv verraten kommentieren abonnieren wir sind es beim nächsten mal wieder beim boss glaube ich glaube ich weiß ich nicht mal ob da ist noch ein werbekommt termin ist raus bis zum nächsten mal bye bye bis zum nächsten mal